So Leute, letzte Mission, Splinter Cell Co-Op, wie Silex. Hi. Hi. Ja, und das letzte Mal ein bisschen rausgeschmissen, also ist eigentlich ganz okay. Dann machen wir einfach ein Part von hier aus weiter. Gut, ich bin bereit. Ich warte auf dich, bis du deine Kippe gemacht hast. Ich hab' ich fertig, Dragunov. Sehr gut. Bis jetzt, nein, bis jetzt wohl. Ich bin mal gespannt, die letzte Mission, die war schon ganz schön krass schwer, teilweise. Oh ja, das haben wir doch schon gesehen. Ja, das ist nicht schlimm. Ich werd's dann irgendwie so schneiden, dass man das nicht mehr sieht, oder? Weiß nicht. Genau. Und der eine sieht aus wie Hitman. Kann aber auch an der Glatze liegen. Ja, halt klar. Für uns Deutsche ist jeder mit Glatze ein Hitman, für die Ausländer ist jeder mit Glatze ein Nazi. Guck mal, jetzt auf den Hintergrund, hinter den Lastwagen musst du jetzt mal schauen. Als ob man das nicht sieht, mal ganz ehrlich. Die zwei Jungs, die laufen da vorbei mit hellleuchtenden Lichtern. Ja, das hatte ich auch immer bei Spindersale damals schon bei eins, hab ich immer gedacht. Was? Guck mal, das ist bestimmt ein Tier, das hat drei leuchtende Augen. Ach so, aber gut. Immer mit so einem Handy am Rücken, ist okay. Ausländergrund sichert unser Verbindungsmann Andri Kobin mit seinen Männern bereits die Antonov, die Yastrup dafür gechartert hat. Voll böse. Vestrel, Archer, Sie müssen dafür sorgen, dass Mostog vom Netz abgeschnitten wird, damit die Flugabwehr uns nicht dazwischen funkt. Jawoll. Mit anderen Worten, wir wollen noch nicht, dass jemand die Achter wertvoll Sprengklappe vom Himmel holt. Ich hoffe mal, es hängt sich nicht schon wieder auf jetzt. Ich hoffe auch. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Handler und treffen sich mit Kobins Team. Ich hab kein rotes Licht mehr bei mir. Bei mir schon, meins ist weiß. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Ich bin auf dem Lastwagen schon mal. Was weiß ich? Okay, wir dürfen keinen Alarm erzeugen, ne? Ja, toll. Ich hab hier aber grad welche... Toll abladen. Ja, super. Da leuchtet ne Kamera, ey. Das ist doch jetzt grade... Voll die Verarsche. Die Ladung ist okay. Hätt auf durch. Ist ja nicht so, dass wir uns da eh immer dumm anstellen. So. Was ist das Kugeln heute? Was? Das versuchen die irgendwie außerhalb der Kamera zu erwischen. Ja, okay, verkackt. Mission gescheitert. Du steckst den Schwierigkeiten, mein Vater. Ich hab was probiert. Ja, Kinder, Mission ist doch schon gescheitert. Wo soll ich denn da nirgendwo? Sie wurden vom russischen Soldaten entdeckt. Lass mich versuchen die irgendwie abzulenken. Wir haben doch... Ah shit, ich hätt ne Haftkamera auswählen sollen. Mit der Haftkamera kannst du nämlich so doch diese komische... Da, 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 da. Sobald Sie die Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Kovins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Ja, ich schau gerade. Gibt's irgendwie immer hier, ich weiß auch nicht. Suchen gar einen Weg um sie herum. Gut. Einen Weg um sie herum, ja klar. Warte mal, herabsteigen? Wollen wir durch die Kamera oder wollen wir direkt durch sie durch? Die Kamera hab ich gerade probiert. Die Ladung ist okay, head off durch. Oder wir müssen warten, was die so vertellen noch. Wobei, wobei, ich hab ne Idee, warte. Kann man, kann man noch unter den Wagen irgendwie? Nice. Gut. Äh, Keule, kannst du da mal weggehen? Wie? Hey, Feuer frei! Nein! Da bitte, kriegst du noch ins Gesicht dafür. Arsch. Irgendwie muss das noch gehen, dass man da durchkommt. Wir sind nur zu doof, glaube ich. Ich hab, wie gesagt, ne Idee, aber ich denke nicht, dass sie funktionieren. Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben. Gehen sie zum Holger und treffen sich mit Kobins Team. Es sollte die Sprengstoffe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm wird alles abgeblasen. Schon klar. Fahrzeugkontrolle. Suchen wir einen Weg um sie herum. Suchen wir einen Weg um sie herum. Ja, klar. Die Ideen sind gut. Definitiv, ey. Warte mal, wie das, wenn wir da hinten zu der 32? Oder müssen wir da hin? Die Ladung ist okay. Er darf durch. Warte mal. Was denn? Verdammt, wir waren zu langsam. Warte, warte, warte. Ich guck den nur an. 1. 2. Stopp Überprüfung. Da kommt einer. Ich geh mal lieber hoch hier. Ich warte kurz. Guck doch woanders hin, du doof. Warte mal. Jetzt geht er weg, der eine. Ich glaub der andere geht auch noch weg, ey. Das kann nicht sein, dass wir jetzt die ganze Zeit hier rumstehen müssen. Standing Ovation. Soll ich versuchen? Weil ich versuch's einfach mal. Vielleicht wenn's geht. Jetzt stehen die ja nicht da rum. Komm, schieß den in den Kopf. Komm mal raus, dass wir die beide sehen. Dann können wir sie abprallern. Oh, ich will sie beide. Ja, aber ich kann sie nicht exekutieren. Wieso nicht? Okay. Hätten wir jetzt eigentlich auch absprechen können, aber egal. Das ist einfach Quatsch. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ich bin so kamerascheu. Die Kamera kommt gar nicht bis hier. Bisse. Ja, dann geht's ja auch so. Oh, da oben steht einer. Ach Mensch. Halt. Den da oben sehe ich, aber ich krieg seinen Kopf nicht. Warum ist das bei mir jetzt ausgegraut? Das versteh ich nicht. Weil du nicht nah genug ran bist. Ja, zum Exekutieren muss das doch weichen. Ne. Da kommt einer runter. Ne, ich seh's. Lass den einfach bis hierhin kommen, ich schnapp mir den dann. Ich glaub, der geht nicht so weit. Ne, der backt ja auch. Ja, halt festhängt. Warte mal, sehen die den von da oben aus, wenn der jetzt stirbt? Äh. Das Geräusch hätte man hören müssen. Ist doch nur Fupp. Irgendwann bestimmt, ach Mensch, der kann doch schon wieder am Rauchen. Deswegen heißt es ja auch Flupper, weil es auch ein Räusch macht. Der hat neue Feuerzeug. Unrealistisch. Hier, ich seh den anderen. Kaputt. War kaputt gemacht. Warum gehen wir nicht einfach zum Exit? Warte mal, kann man das hier... Ja, ja, warte mal ganz kurz. Ne. Okay. Warte mal. Ist das ein Lichtschalter, oder? Keine Ahnung, das müsste doch dann stehen. Ja, das will ich aufheben. Siehst du, so ist das keine. Müssen wir jetzt hier... Oder ist das eine Kamera? Ja. Was zum Teufel treibt ihr Vollidioten da? Nix. Sicher das verdammte Ding. Sonst gibt's Ärger. Kapiert. Geht's nur noch irgendwer anders lang. Na, nicht ganz außen. Das ist, glaub ich, nicht so. Hä, was denn? Guck doch, wo ich bin. Jetzt ist direkt eine Kiste. Ich seh's halt nicht. Ich seh nur dann, umriss. Können wir die nicht kaputt machen, die Lampe? Nee. Lass lieber. Oh je. Okay. Wir müssen irgendwie hier durch, aber das geht nicht. Das ist eine Teamaktion wieder. Und mit der Kamera ist doch nicht so gut, ne? Guck mal. Sag mal, willst du mich natzen? Sollen wir jetzt einfach... Ah, warte. Schau mal, wir sind noch gar nicht durch. Warum rede ich denn so lang? Achso, ich hab Shift gedrückt. Ja. Okay. Moment. Ich will jetzt nichts Falsches drücken. Komm mal, reicht. Haben wir jetzt eigentlich schon mal auch ein Checkpoint? Das wäre jetzt gerade schön. Ich weiß nicht. Hm. Nein. Noch nicht. Ich versuche es heute noch zu erledigen. Nicht vergessen. Ich glaube, die zu töten wäre jetzt nicht so toll, weil da ist eine Kamera. Nein, natürlich nicht. Ach. Achtung. Da kommt der... Nee, kommt der jetzt? Was tut der? Mach da aus. Kann man nicht irgendwie fei... Oh, warte mal. Warte mal, warte mal. Hier kann ich hoch. Das war nicht... Oh. Dass man das aber auch nicht abbrechen kann. Kann ich mal ganz durchschleichen einfach. Ja, toll. Jetzt bin ich schon hier oben. Ich guck mal, ob ich es schaffe. Habe es geschafft. Ich hätte jetzt tot von oben machen können. Na toll. Jetzt schneidet der mir den Weg ab, ey. Und du hast ein Problem, oder? Schöne Grüße von Markus Sennmar noch. Ja, jetzt kann man exekutieren. Ach so, man muss ja erst einem Nahkampf töten. Ich dachte eben schon. Und wenn... Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Der Pidata... Ey, ich habe den zuerst exekutiert. Okay. Wie war der Belli? Der wollte gerade losbrüllen. Den habe ich noch gekriegt. Man sieht es aber auch nicht, wie viel Aufladung man hat irgendwie. Das ist bei mir immer... Äh, wenn die voll sind, die Pfeile. Versuchen wir das mit einem Doppel-EMP-Impuls. Ja, das ist immer ausgegraut bei mir. Immer. Bei mir sind die nie ausgefüllt und ich kann trotzdem exekutieren machen. EMP ist einsatzbereit. Kann losgehen. Das habe ich auch. Falsch, glaube ich. Boah, jetzt kann ich mir wieder reinstecken. Lass mal hoffen, jetzt drehe ich hier dran und drücke uns den Knopf und äh... Aua. Das hat es jetzt auch gebracht, auch so ein bisschen krass. Oh, wir haben ein Checkpoint. Geil. Das sind wir hier auch nicht überhaupt. Ach, da runter müssen wir. Idiot! Radio Mostock sendet nicht mehr. Ah, heißt das jetzt, wir dürfen wieder töten? Das dürfte kein Problem sein, diese Sprengköpfe hier rauszuholen. Ich glaube nicht. Ja, wir sind wiedergekommen. Bliach! Mostock hängt nicht mehr am Vortrag. Entschuldigung, einmal daneben. Den sollten wir... Oh, ich habe gerade gedacht, der fällt nach vorne. Wenn Sie kommen, müssen Kubin und seine Männer die Gefechtsköpfe verladen haben. Hoffen wir es. Je länger wir hier am Boden sind, desto schlimmer wird das ganze Spektakel. Wer ist denn dieser Kubin? Den hatten wir doch schon, oder? Wir möchten mal das ausprobieren, wir haben ja ein Checkpoint, ne? Auf dem Weg! Ja. Wir dürfen töten. Ja, töten sowieso, wir dürfen uns doch nicht erwischen lassen. Stoßen sie ins Untergeschoss vor. Eine Tür des Hauptkorridors führt in die technische Abteilung. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war, weil ich die schnell genug gekillt habe, aber... Sie müssen den Gefechtskopf sichern und mit dem Kran der Anlage zu Kobin in den Hangar transportieren. Gott im Himmel! Oh! Heftig! Hm? Ja, da stehen ein paar viele. Ah, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ganz gewöhnliche Mörder! Gleich da. Die kommen gerade, die kommen jetzt um die Ecke. Da sind noch drei jetzt. Noch zwei. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Genau, und noch einer kommt jetzt. Einer zielt zu dir. Und der andere kommt jetzt auch. Oh nein. Warum hat er mich gekillt? Trink nix. Kannst du lassen. Och man, oh, es hat so schon geklappt. Warte mal. Na ne, geht ja nicht. Wir haben keine Waffenkisten, verdammt. Sonst hätte ich gesagt, ich nehme jetzt mal so eine Haftkamera. Macht nix. Ich habe jetzt, äh, schon die Lösung. Ich wusste ja nicht, dass da jetzt so viele kommen. Wenn sie ankommen, müssten Kubin und seine Männer die Gefechtsköpfe verlangen haben. Wir machen das Ganze jetzt wie eben. Und, äh... Geh mal hier lang. Wer bist du? Nicht irgendwo? Ja! Das ist nicht gut. Er ist auf dem Luftgeist. Hallo, willst du mich eigentlich jetzt... Och, du bist so eine Pfeife. Was ist jetzt mit dem, äh, mit der Kiste? Hast du die? Hm, die ist mal runter, ja. Kessel, setzte ERP ein! Vorsicht! Der wird Knieder! Ich werde dich an die Wölfer verfüttern! Wow! Auf mein Zeichen, bereit machen zum Angriffen! Du machst'n riesenfehler! Jetzt erledigt dich! Soll ich verarschen? Magazinwechsel! Was denn? Da unten so lauter! 10.000 GK! Oh, verdammt, ich bin tot! Macht nix! Doch, ich kriege auch noch eine Leiter. Achtung bei dir, um das alles voll! Was weiß! Hier sind nur drei Besitzende ERP! Wir haben den ganzen Hangar durchsucht! Hier sind nur drei in Testkommel! Reet erwartet wir! Und die Fähren nur bescheiden! Oh, die ist aber auch am rumschreien, ey! Ja! Ach du, das ist alles voll! Nein! Vor dir! Die liegt genau! Oh, ich hab' gar nichts gesehen! Ich hab' dir total die Orientierung verloren! Anscheinend hängen die Russen im Zeitplan hinterher! Oh, wir können hier unten lang! Oh, da wird nicht lang! Achtung da oben! Stoßen Sie ins Untergeschäft! Macht nix! Ich wollt' hier unten hin! Bitte nicht sterben! Ah! Komm hier runter! Hier ist alles leer! Geht grad schnell! Der stirbt doch nicht! Was ist denn hier los gerade? 10.000 Soldaten! Noch irgendwer hinter mir? Nein, über mir! Ich bin gleich wieder tot! Was soll das denn? Granate in Deckung! Ich konnte sie gut gebraucht! Ja, seine Freunde sind alle tot! Du hast die Abwechslung! Achtung! Granate! Ja, hinter dir! Ey, wie lange ich halt verwundet bin, was ist das denn? Moment, 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 Moment! Da, jetzt bist du tot! Wir gehen jetzt rein! Ah, ich weiß, ich bewege mich gerade! Zu denen! Ich werfe ne Granate! Das Frisieren hat voll! Wann schmeiß ich zu mir ne Granate? Die haben mich doch noch nicht gefackt! Hä? Hinter mir? Ich hab's schon ne Lady von der 2! Hier bei mir ist noch einer jetzt, aber... Oh ne, da sind noch ein paar mehr, du! Da Schwede! Komm, ich würd' noch 10.000 Soldaten hier schicken! Da, Gott im Himmel! Ich bin am blinken! Ha! Ha! Wo? Ah! Ich werd' nervös! Ja! Mein Schwager hat immer gesagt, mach das nicht! Ja, mach mal jetzt! Da hat er sich die Augen festgehalten! Die Augen festgehalten! Na? Ach komm! Der macht das Schwalbe! Was hast du denn? Das ist schreiend da so! Was du das eben? Nö! Der mir das nicht schiebt! Ich komm schon auf! Wollt ihr jetzt etwa Verstecken spielen? Nja, grad schon! Ich komme! Dann komm halt! Ihr seid wohl zu fein! Achso, wir sind den umgangen! Auch gut! Ja! Ich hab aber jetzt die zweite Waffe! Jetzt rufeln's wieder! Ich hab jetzt jetzt... Ich hab' jetzt ne AK! Die will ich gar nicht haben! Ich mach jetzt mal von meiner blöden MP...